. Grüß dich, was da jetzt ist? Grüß dich, Hermann. Wir waren gerade am Bergraum trainieren für die Beiknader am 11. August in Schlöcher. Hast du das schon gehört, oder? Habe ich schon gehört, ja. War letztes Jahr schon gewaltig. Ich wünsche euch alles Gute. Trainiert fleißig und werdet euch zuschauen. Hopp, hopp. Danke, Hermann. Schönen Tag. Warum sich alle easungen aufgriffen? ready, wäre dein Mann nicht so gut, nichtの die Sieg�� die Haare?! Set. 2 Schönen Tag zu verflössig und ein Tierfilter 맛? bearing самνη straightforward für die Haare eine Flughawelle, 8! 5!